Studierst du in der Schweiz und hast den Wunsch, einen echten Unterschied zu bewirken, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene? Dann bist du hier genau richtig. Wir sind der Verband der Schweizer Studierendenschaften, VSS, UNES, USU. Aber was machen wir genau? Wir sind ein Dachverband von Studierendenorganisationen aus der ganzen Schweiz, die zusammenarbeiten, um deine Rechte zu schützen und deine Bedürfnisse zu vertreten. Wir studieren an Universitäten, Fachhochschulen, pädagogischen Hochschulen und eidgenössischen technischen Hochschulen. Vielleicht fragst du dich, wie du dich im VSS engagieren kannst. In unseren Kommission. Hier kannst du dich ohne Vorkenntnisse beteiligen und wirklich etwas bewegen. Die SOCO ist die Sozialkommission und hat das Ziel, allen Studierenden zu ermöglichen, ihrem Studium nachgehen zu können, ohne durch ihre Lebenssituation oder soziale Benachteiligungen eingeschränkt zu werden. Um dies zu erreichen, setze ich die Kommission ein für angemessene Stipendien, Verbesserung der finanziellen Lage und der Wohnsituation von Studierenden, Berücksichtigung von Behinderungen und gesundheitlichen Problemen, bessere Vereinbarkeit des Studiums mit Arbeit, Familie, Haushalt und weiterem, Unterstützung von Studierenden in Notlagen und die Ermöglichung des Hochschulzugangs unabhängig von sozialen und anderen erschwerenden Faktoren. Bei uns kannst du dich ganz ohne Vorkenntnisse einbringen, sei es bei Diskussionen in großen Gremien, beim Organisieren von Events oder ganz generell mit Ideen und Wünschen, die dir bei deiner zukünftigen Karriere nützlich sein werden. Engagiere dich jetzt für eine bessere Zukunft an unseren Hochschulen. Kontaktiere uns unverbindlich über info at vss-ünes.ch oder schreib uns auf Social Media an. Wir freuen uns auf dich!